Die Briten haben es jetzt geschafft, sind vor der deutschen Mannschaft geblieben. Die Ukraine hat die deutsche Mannschaft überholt, das steht alles fest. Sandra Espange hat übrigens 15,075 Punkte. Das war eine heiße Kiste. Und ich würde gerne in der Zeitlupe noch mal diese Szene, Silvio, sehen wollen, nach der Katschew-Kletsche. Aber das war ja eng. Hier sehen wir das. Katschew-Halbe. Direktwechsel vom Ober- und Rot-Holm. Hat schon gepasst. So, im Original etwas problematischer aus. Da dachte ich schon, sie hängt ja nur mit einer Hand am Barenholm. Aber nee, sowas nicht. Stark. Also, die Stufenbahn schon ein Mittellitter bei Twiddle. Das ist nun schon ein Genuss.